Hallo, ich heiße Safran und heute will ich mit dir über mein Leben nach dem Studium reden. Immer werde ich einen Abschluss machen und nach dem möchte ich viel tun. Ich möchte fit sein und ich laufe gern. Ich will im nächsten Jahr einen Marathon laufen. Ich kann nicht Auto fahren und momentan will ich nicht lernen. Ich fahre gern Fahrrad. Ich werde gern in eine kanadische Stadt mit vielen Fahrrägen leben. Ich studiere Informatik und nach meinem Abschluss würde ich mich für einen Softwareentwicklungjob bewirben. Ich mag auch Linguistik und will ich ein Projekt über die Verarbeitung natürlicher Sprechen arbeiten. Bevor ich meinen Job anfange, will ich nach Europa reisen. Ich will mich in einer unbekannten Stadt verlaufen und werde ich mit anderen Personen Deutsch und Französisch sprechen. Wenn ich reise, werde ich auch die Landschaft erkunden, um die Natur zu sehen. Ich weiß nicht, was in der Zukunft passieren wird. Aber das ist mein Plan. Danke für die Unterstützung während diesem Semester und freu dich bald nachziehen.